ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von software hardware 24 heute wieder mal im auftrag von mobile akku.de wir haben mal wieder eine powerbank beziehungsweise mobilen akku von easyeck im test diesmal den pb 15.000 sp 15.000 stehen natürlich für die kapazität von 15.000 milliampere stunden und das sp steht für solarpanel da dieser akku auch mit einem solarpanel wie ihr schon sehen könnt wieder aufgeladen werden kann im lieferumfang enthalten haben wir hier einmal als erstes natürlich den akku an sich kommen wir gleich zu zusätzlich noch ein karabinerhaken den könnt ihr dafür benutzen um ihn am akku zu befestigen und später dann am rucksack oder so draußen aufzuhängen so dass der akku auch der sonne ausgesetzt ist denn wenn wir das ganze samt handy im rucksack verstauen dann bringt das solarpanel natürlich nichts dazu ist noch eine bedienungsanleitung auf deutsch sehr ausführlich erklärt natürlich noch einmal den lieferumfang verschiedene eigenschaften die tasche lampe wird hier erklärt was ganz besonders wichtig ist ist einmal noch die status anzeigen der leds sehen können haben wir hier vier leds für den ladestatus jede steht ungefähr für 25 prozent und was jetzt auch relativ neu ist sie blinken auch dadurch wird der ladestatus noch etwas genauer angezeigt sprich wenn nur eine led blinkt haben wir null bis fünf prozent früher kam dann einfach gar nichts mehr das finde ich eigentlich relativ gut da die ladestatus so noch etwas genauer angezeigt werden können ja das war soweit die bedienungsanleitung sind noch keine problemlösung werden hier noch bekannt gegeben wenn man ein problem hat warum er nicht lädt oder warum die tasche lampe nicht funktioniert findet ihr hier auch hilfe ja zu guter letzt haben wir hier unter noch zwei kabel ein kurzes und ein langes das lange kabel 60 cm lang und das kurze 20 cm wie ihr jetzt damit euer gerät aufladen können ganz einfach ihr steckt das normale usb kabel unten in den akku und je nachdem welchen anschluss an eurem smartphone oder jedes andere gerät was ihr aufladen möchtet habt kommt hier in diesem fall der micro usb ans handy und schon wie ihr seht wird das handy aufgeladen da wir hier natürlich zwei usb anschlüsse haben könnt ihr auch zwei geräte gleichzeitig mit strom versorgen wir haben hier einen maximalen output von 2,1 ampere spricht das wird dann auf die beiden geräte aufgeteilt oder wenn ihr nur ein gerät habt bekommt das ganze gerät die kompletten 2,1 ampere zum aufladen wie gesagt einmal haben wir natürlich das solar panel das ist aber natürlich nicht ausreichend um den akku komplett alleine wieder aufzuladen wenn ihr den akku mit hilfe von strom aus der steckdose beziehungsweise computer oder so laden möchtet haben wir hier an der unterseite einen micro usb eingang dafür steckt er einfach das mitgelieferte kabel hier rein andersrum so und das ende an den computer beziehungsweise an einen steckdosenadapter so dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf das solar panel ein das solar panel hat eine leistung von 0,2 ampere im gegensatz dazu der normale input des akkus sind zwei ampere sprich über die steckdose wird er deutlich schneller geladen das solar panel ist eher als unterstützung wenn man jetzt unterwegs ist dass er sich nicht entlädt sondern er noch etwas dazu aufgeladen wird wie doll der akku durch das solar panel aufgeladen wird ist auch immer sehr stark davon abhängig in welchem winkel der akku zu der sonne steht beziehungsweise wie intensiv die sonnenstrahlen sind alles in allen aber ein recht guter akku vor allem wie gesagt wenn man draußen unterwegs ist vielleicht nicht gerade für den flieger oder so gedacht deswegen haben wir noch einen ausführlichen artikel auf der seite www.mobiler-akku.de verfasst hier findet ihr auch noch weitere bilder dazu und jetzt stellt sich nur noch eine frage auf Untertitelung. BR 2018